Wer hat EMP genaut und wer schmeißt die hier noch? Ich die, ich hier! Da, EMP! Ey man, warum? Hör auf zuerst! Jetzt hab ich die geschmissen! Ey du Pesser, du hast mein Kiss dazu gemacht, du Fickskopfer! Ey Junge! Das ist ein RPD! Ey Junge, das ist ein Arschloch, das ist ein Arschloch! Ey, das war RPD, du ach! Spannende Musik Fangen wir auch! Was machen wir? Wir farmen auch machen! Ja! Ja! Ja also! Jaaaaa! Fangen wir mal zu Junge! Ist gut, ist gut, ist gut! Boah ey! Wer hat EMP genaut und wer schmeißt die hier noch? Ich, ich, hier, da, EMP Ey, Mann, warum? Hör auf zu werfen Jetzt hab ich sie geschmissen Ey, du Pesser, du hast mein Kiss dazu gemacht, du Wichs, guck so Das ist ein RPD Ey, das ist ein RPD, das ist ein RPD Ey, das war ein RPD, du Arschloch Ey, tut mir leid, Mann Tut dem eh nicht leid, das ist mega, das Arschloch SRY, Mann Ey, wie soll ich überleben, ich hab jetzt nur noch ne Raygon Ja, nur ne Raygon Was ist los mit dir? Ich hab ne Scheiß-MT, die einfach verzieht, als ob du fünf Kinder krieg, Alter Genau, weil Waffen die Kinder kriegen, verziehen immer mega War mega der gute Vergleich Ja, hast schon recht Das ist doch einfach so Du wüsstest nicht, aber Junge, auf was wir drohen bist du, Alter Ich hab gar kein Wecht, ich bin einfach nur richtig happy Das wollen wir gar nicht wissen Ey, Jungs, der Erte, der stirbt, ist ne Mischgeburt Du stirbst, Alter, wahrscheinlich Nein Der ihm schon fast halt erst du Ich stand halt, ey Ich bin einfach zu gut, so viel, so viel, so viel Ich hab viel, so viel, so viel, so viel Mit deinem Sklaft-Kontroll Ja, Sklaft-Beschne, ey Schlaft-Beschne, ey Schlaft-Beschne, schlaft-Gern Du fasst down Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was die sterben Was die mal sterben Ey, wenn ich jetzt Zeit durch die Direkte schicken, Mann Was? Ne, ne, ich würd's anmachen, diese Sprachnotiz da Welche Sprachnotiz? Oh Gott, oh Gott Achso, haha Das finde ich geil Ja, aber die Qualität ist eher ein bisschen ranzig Ja Machste nix In Stackel Schmechern Wo sind die Zombies? Oh Gott, ich hab, ich hab erst mal aus Versehen RPD gegen Äh, DSR getauscht Und jetzt hab ich Ja, ey Meine RPD war richtig schlau Jetzt hab ich DSR und Lille und Barrett Ey, ich krieg zum dritten Mal jetzt diese scheiß Ballist-Signalz Jetzt mal alle die Granaten draufschmeißen, bitte Ich so Das ist der neue Glitch, dann kriegt man 10.000 Punkte Echt? Ey, geil, Alter, ich muss die Granaten werfen Ey, Junge Wie viele Granaten habt ihr, Alter? Oh! Mischgeburt Du bist nach Mischgeburt Du bist nach Mischgeburt Du bist nach Mischgeburt Das ist ja Ich bin von meiner Granate gestorben Ich bin von meiner Granate gestorben Das ist ja richtig heulig Oh Gott Scheiß Granaten Ich hab auch noch nicht mal 10.000 Punkte bekommen Ich glaub das stimmt gar nicht Nicht! Kann sein Haha Das ist ja Ey, das ist so gammelig, dass man mit seinen Punkten nichts machen kann Ja Alles an der Kiste ausgeben Oh, Pistole Ja Wo stand er an der Kiste rumgeiern, Mann Das wir selber machen Ja, meine normale, einfach die Waffen benutzen Ja, stimmt, warum spiel ich nicht mit Barett und RPD, äh, RPG Ey, lass sagen wir, jeder darf nur noch fünfmal an die Kiste, ab jetzt Nein, das wollen wir nicht Warum denn dann ab zu besten? Na, wenn du keine Muni mehr hast, was soll man machen? Äh, ne Wanda verkaufen Ey, korrekt, ich hab ja wieder EMT, ja Hier gibt's ne Remington Remington Jetzt kommt Sniper so nirgends Ey, ich hab bisher, ich bin zehnmal in die Kiste, also ich hab nur zwei verschiedene Waffen bekommen Ich bin lustiger Lacker Mann, das dauert mir zu lang, oh! Ja, mach weg halt Wenn du dir jetzt zumachst, ihr kleinen Arschficker Bitte, bitte Ey, kein Problem, Mann Ich sei so peschnackend Der wirft bestimmt jetzt wieder eine, wollen wir wissen? Ja, bitte Der hat keine mehr Ah, du Lappen, ich habste noch bekommen, Alter Boah, bin ich in Lappen, Alter Schäm dich mal, bitte Ach ja, mal der Beweis Nee, geh dich vergraben, los, verlaff jetzt bitte das Spiel Sind schon wieder RPG Hast du denn Lust? Ja, okay Ich bin richtig im Sniper-Modus Juno, du spinnestest ja, hier gibt's nicht mal Pickle Punch, Alter Gibt's gar nix, gibt's hier Oh, der Bosch hat die schlechteste Waffe in dem ganzen Game in Zombies Hey, ich hab aber ne gute Waffe Ich mach halt die Schnauze Ich mein doch nicht, du dummer Lappen Nee, echt Echt? Dachlos Hast du überhaupt Tenday? Das regt sich mal ab Und red mal nochmal Ich hab Arme Ah, ah, ah Oh, Reagan, endlich Wie ich das einfach überlebt hab Ich bin komplett rot Du bist der Beste Du bist der Beste, Mann Soll ich jetzt wieder, soll ich ernsthaft bleiben? Ja, nein Okay, ich bleib jetzt mal ernsthaft, komm Obwohl doch Okay, was geht ab? Hi, kennt man dich? Ja, vielleicht Eine Zenitinität ist zu lang Lamsam Ja, mein, auch Lamsam Ach, Basti Ja, ich bin Das ist Plombie Germany Als die Schnauze Ich bin richtig reudig, wenn es einfach dauern so lang Wenn du nicht triffst Wenn du nicht triffst Mit deinen Quickscopen Boah, fuck Oh Gott, die M-Ty ist so schlecht Nicht Die verzieht so richtig ekelhaft Ja Aber warum? Online verzieht sie ja auch nicht so Ja, das ist schon richtig Hey, die Hamburg verzieht ja gar nicht mehr so doll wie früher Ist ja wohl ein Witz, oder? Hey, ich brauch noch 40 Punkte 10 Ja, das fand ich Kiste geil an Kiste geil, Kiste geil, Kiste Geil, geil, geil Oh, krieg ich die Brüche machen Oh, mach das mal Ist da jemand müde? Ja Ja Ich bin Immer Ich war auf Geburtstag Wollte so um 5 Uhr morgens Mir eine Oh, ich In irgendeiner Stadt, wo ich wohne Äh Du Bauer Ich glaub, das muss jetzt gepiepft werden, oder? Ich wollte das nicht Nein Ja doch Ich wohne ja da eh nicht, aber Nee Du Bauer Nee Nee Äh Da fahren ja so Ersatzbusse, weil ja die äh Waren irgendwie nicht kommen Ja Und die sind einfach mal nicht gekommen Stehen wir da so um 5 Uhr morgens an der Haltstelle Warten so 40 Minuten Rufen bei der Rheinbahn an Müsste uns ein Taxi rufen und waren dann erst so um halb 7 oder so zu Hause Top Und dann erst mal bis Halb 6 geschlafen Mach Bock Eieiei Mit Montag geht die Schule wieder los Hätte ja das Taxi verschlafen können, wäre viel besser gewesen Was redest du? Viel besser Genau, und wäre besser ausgeschlafen, wieder zu Hause gewesen Eben Oh fuck Halte, meine Und jetzt zahlt die Rheinbahn aber das Taxi Beste Boah, die Rheinbahn ist so gammelig, man Richtig reudig Das ist ja richtig reudig Jungen, wer schmeißt die ganzen EMP-Kanaten von der Kunde? Ich bin's nicht, Mann Ich mach das nur mit einer Das ist der gute alte Hip-Hop-Krump-Tanik Hab nicht mal eine Boah fuck ey Wir laufen uns hier Gar nicht in die Quere Häh, ist doch gut wenn ihr das nicht macht Ist doch gut wenn ihr das nicht macht Häh, ist doch gut wenn ihr das nicht macht Dober Kim Merkst du selber, ne? Wart's mehr ab jetzt Du bist so der Hund Geh dich erhängen Wah- kern ACH FUCK, ACH FUCK, er hat seine Waffe bekommen Ah ne, oder hat einer wieder EMP geworfen? Ich habe EMP geworfen Alter, hier sind die heutige Hunde, Alter So, scheiße, jetzt nochmal EMP-Granate, komm! Ja, mach doch! Ich höfst nicht bei meiner eigenen Kiste, Mann! Junge, ich sterbe, weil ich die Skills hab, die Sniping-Skills Aber volles Ruhr Jawoll, Raygun, Halleluja Ah fuck, ich hätte noch eine EMP gehabt ACH du Reudiger, Alter Juli, erinnere mich daran, dass ich das Piepen muss ACH! Warum kann ich nicht kneifen? ACH! Was musst du machen? Dass ich das Piepen muss Ach so Das ist ja richtig rollig Mach ich Aber, ich war echt gut von dir, dass du was gesagt hast Ja, ich hab schon nachgedacht Ey, Junge, du bist so der ranzige Hund, Alter Fuck, jetzt hab ich EMP geworfen, ich dachte, er geht an die Kiste Boah, Junge, ey Hey, ich bin schon wieder da, weil ich in Lava gedrängt werde von Zombies Ja, ich bin schon da, weil die Scheiß kann nicht explodieren müssen Ja, ich bin schon da, weil die Scheiß kann nicht explodieren müssen Nein! Ja, sag doch, es ist denn, Alter Oh mein Gott, ich bin gerade auf das Blum gegangen, Alter Reif, reif nicht, Scherb, Reif nicht, Scherb, Reif nicht, Scherb, Reif nicht Ja, geil, aber ich hab auch Reif nicht, ich hab Reif nicht Der andere ist tot, Bade, ich hab ich ein Scheiß wie weitwichtiges Oh mein Gott, das macht mich nicht hoch, Junge, ist das peinlich, Alter. Ach komm, das war witzig. Ich hoffe, oh Gott, das sieht so richtig blindernd aus bei der Aufnahme. So richtiger Ausschlag, als ich geschrien habe. Ich hoffe, dass es nicht zu blinder ist. Aber das ist so, ich bin aufgestanden, da war ich geblockt. Bus Depot, zwei Parts, das geht. Okay. Ich hoffe, es war unterhaltsam und euch hat das Video gefallen. Schreibt in die Kommentare ein paar Challenges, die wir für die nächsten Maps machen können. Und abonniert, wenn ihr Road to Origins die Serie weiterverfolgen wollt. Und sonst hören wir uns im nächsten Part auf Farm. Okay. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Bye. Bye. Fuck. Musik ganz Etc-f Понarge.